Angefangen hat es mit einer Wette. Wetten, du kannst keine sieben Wochen auf dein Wurstbrötchen am Morgen verzichten. Meine Tochter ist Vegetarierin und forderte mich zu Beginn der Fastenzeit heraus. Das ist jetzt ein paar Wochen her und siehe da, ich hab's geschafft. Seit Aschermittwoch gibt es morgens für mich nur noch Marmeladebrötchen. Das hört sich banal an, ist es aber nicht. Sicher ist es gesünder. Davon merke ich jedoch nichts. Aber ich erinnere mich jeden Morgen daran, wie bei uns die Tiere gehalten und geschlachtet werden. Längst nicht artgerecht. Keiner, der mal einen Schlachthof besucht oder eine Hühnerfarm, wird von den Lebensumständen der Tiere begeistert sein. Immer noch leben und sterben die Tiere dort allein, um von uns gegessen zu werden. Zurück zum Wurstbrötchen. Verändern werde ich durch meinen Verzicht auf die zwei, drei Scheiben Wurst am Morgen die Tierhaltung in Deutschland nicht. Erst recht nicht weltweit. Aber jedes Mal, wenn ich in diesen Tagen ins Marmeladebrötchen beiße, denke ich daran. Ich erinnere mich an das Thema. Nein, Vegetarier wie meine Tochter werde ich wohl nicht. Und am Ostermorgen werde ich mir das Wurstbrötchen so richtig schmecken lassen. Aber ich habe viel gelernt, dass es auch anders geht. Dass man Gewohnheiten ändern kann, auch wenn sie über 50 Jahre alt sind. Ich habe gelernt, dass ich unabhängig bin. Unabhängig davon, was auf dem morgendlichen Frühstückstisch steht. Und unabhängig, was die Fleischindustrie mir bietet. Ich kann auch vegetarisch. Kann, wenn andere viele mitmachen, die Industrie bezwingen. Kann artgerechte Tierhaltung einfordern. Ich kann, wenn ich nur will, die Krone der Schöpfung ablegen und mich einordnen in den Kreislauf der Natur. Ich kann, wenn ich nur will. Die Wette mit meiner Tochter habe ich jedenfalls jetzt schon gewonnen.